Servus, hallo, jetzt mal ein Teil 2 meiner Q&A. Die Fragen, die mir über Instagram und Facebook gestellt wurden, möchte ich heute weiterhin beantworten. Wie gleicht man seine Schwachstellen bestmöglich aus? Das hatte ich im letzten Video schon, in dem man sich einfach kritisch einschätzt, wo ist überhaupt meine Schwachstelle und trainiert die dann halt mit einem höheren Volumen, mehrmals die Woche gegebenenfalls und versucht dann einfach mit verschiedenen Trainingssystemen und Techniken die Schwachstellen zu verbessern. Zum Beispiel auch Time Under Tension oder sowas. Frage zu Anabolendiäten, machte ich jetzt 4 Wochen? Kann ja jeder für den Urlaub, EDC, gute Form haben, bla bla bla. Da ich jetzt 10 Tage in die Türkei fliege und zum Glück dort trainieren kann, kann man sich dort gut jeden Tag den Bauch vollschlagen oder solange man alles deckt. Oder kommt Jujo-Effekt zu schnell wieder wegen den Carbs. Ja, es kommt immer noch an, wie lange die Diät gemacht hast, wie intensiv. Und wenn man dann einfach zu schnell die Kalorien hochschraubt, zu schnell die Kohlenhydrate hochschraubt und gegebenenfalls halt auch das Salz, dann kriegt man so ein Rebound, dass man einfach viel Wasser einspeichert, weil einfach die Glucokenspeicher alle sich füllt. Ich würde das nicht so machen, dass ich eine harte Diät mache und dann exzessiv mehrere Tage mich vollfresse. Könnte ich nicht, würde mir schlecht werden. Sag mal was zu Essstörungen. Ja, leider sind Bodybuilder eigentlich alle essgestört. In der Aufbauphase, da essen sie viel, dass dann schon fast schlecht wird. In der Diät, da müssen sie hungern. Da würden sie am liebsten bei zu viel Essen den Finger in den Hals stecken, damit man ja irgendwie mit dem Gewicht runterkommt. In der Aufbauphase freut man sich über jedes Gramm, was draufkommt. Also schon eine gewisse Essstörung. Deswegen muss man einfach aufpassen, dass man, gerade Frauen sind da sehr, sehr empfänglich für, da muss man aufpassen, dass man halt im, ja, im gesunden Rahmen bleibt, dass man sich nicht zu viel Stress macht, dass man sagt, okay, Aufbauphase, wenn eben zwei Kilo jetzt mehr nicht drauf kommen, dann ist es eben so, man muss eben sein Bestes geben und darf sich dann nicht ganz so verrückt machen. Und auch in der Off-Season, wenn man nicht so super in Form ist, darf man sich auch keinen Stress machen. Man weiß, wie man aussehen kann und man kann nicht immer super gut aussehen. Das geht einfach nicht. Manche Bodybuilder bekommen das hin, aber ob die so immer glücklich sind mit ihrem Leben, ist dann die andere Frage. Essen und Trinken, wie mal schön grillen mit Freunden, das gehört einfach zu gesellschaftlichen hinzu. Da kann man natürlich auch sauber essen, klar, mache ich auch. Aber man muss eben auch mal eine 5-Grade sein lassen und ich denke, dass die gesundeste Variante ist. Welche Kohlenhydrate bevorzugst du nach dem Training? Gerne auch ein paar Beispiele und wie viel davon. Also nach dem Training esse ich meistens ein Päckchen Reiswaffeln, diese kleinen Päckchen, die es im Aldi gibt. Das ist eine Stange, 250 Gramm, abgepackt in 42,5 Gramm Päckchen. Davon esse ich ein Päckchen, dann trinke ich meinen Kreateston. Da sind schon Kohlenhydrate drin. Und jetzt in der Aufbauphase steige ich vom Kreateston um und mische mir das einzeln. Da trinke ich Nuei Isolat und mache da Glucophast rein. Das sind so Stärke, ist das Wachsmeißstärke sowas. Das sind einfach dann schnelle Kohlenhydrate. Ich bin kein Fan von Dextrose, habe ich früher auch immer gemacht, Dextrose. Aber ich bin da zu empfindlich irgendwie, wenn ich das Dextrose nach dem Training nehme oder trinke. Dann fühle ich mich erst so ein bisschen geflasht so nach dem Training. Oh, Dextrose, Wahnsinn, Energie geladen. Wenn ich nach Hause komme, da habe ich schon kalten Schweiß auf der Stirn, weil ich dann so fast am Unterzuckern bin, irgendwie geht mein Insulin da zu schnell nach oben. Welche Tipps kannst du geben, zwecks Kraftsport und Diabetes? Am besten schreib dir mal den Ronny Rockel an. Der hat da sehr, sehr viel Ahnung, Kraftsport und Diabetes. Ich denke, dass das durchaus machbar ist. Man muss einfach Disziplin haben. Mit Diabetes ist nicht zu spaßen. Und ich habe auch großen Respekt an den Ronny Rockel, der da halt mittlerweile seit einigen Jahren mit umgehen muss und trotzdem auf dem Niveau Bodybuilding macht. Aber er sagt selber, so Sachen, dass man sich halt eben mal nach dem Wettkampf die Wampe voll schlägt, das geht halt eben nicht. Man muss halt weiter in Disziplin essen. Und dann ist das auch machbar. Neue Kandidaten bei Mr. O. aus Deutschland beispielsweise, als wäre das Potenzial hätte, Roman Fritz etc., würde ich mich interessieren, weil ich finde, dass es in Deutschland viele Gute gibt. In Deutschland gibt es viele Gute, na klar. Die Frage ist immer, wie ist jeder bereit, wie weit zu gehen. Ich könnte wahrscheinlich körperlich jetzt auch noch weiter sein. Hätte ich einfach an manchen Stellen einen anderen Schritt einschlagen müssen. Was aber nicht heißt, dass ich vielleicht da noch den Schritt gehen könnte. Ist ja noch nicht zu spät bei mir. Das muss man halt schauen. Also der Mike Sommerfeld ist auf einem guten Weg, der Adolf Burkhardt ist auf einem guten Weg. Und wie sie sich dann etablieren werden bei den Profis, ist eine andere Frage. Wie weit es dann reicht. Da muss man einfach die Entwicklung beobachten. Roman Fritz, Wahnsinnsathlet, super. Hat eine wahnsinnig super Linie. Dem fehlen halt noch ein paar Gramm an Muskeln. Wobei ich finde, meine persönliche Meinung, in der Aufbauphase hat er immer eine wahnsinnsgute Form. Und dann sagt er, er macht jetzt Diät, ist dann einige Wochen weg von, oder man sieht einige Wochen relativ wenig von ihm oder so. Und sieht ihn auf der Wettkampfbühne dann und denkt dann, Wahnsinn, warum ist er denn auf einmal relativ dünn geworden? Er macht dann halt zu hart, die ganze Sache. Denke ich mal, ich weiß es nicht. Ich denke manchmal, wenn ich ihn in der Aufbauphase sehe, mit der Form, wenn er vielleicht da so acht Wochen Diät macht und stellt sie auf die Wettkampfbühne, dann wäre der, glaube ich, noch brutaler. Der macht sich, glaube ich, dann selber zu dünn. Es gibt dann so ein Sprichwort im Bodybuilding, wo man sagt, nach hart kommt dünn. Er will dann richtig brutal hart werden und wird dann relativ dünn und flach. Aber dünn auf hohem Niveau. Es ist immer schwierig, da was zu zu sagen. Ohne, dass mal jemanden auf den Schlips tritt. War ein Athlet, der hat einen riesen Respekt vor mir, der Roman. Aber er müsste halt mal richtig so die Fülle auf die Bühne bringen. Das weiß er selber. Aber er hat sich auch schon wahnsinnig gut platziert bei seinen Profiwettkämpfen, die er gemacht hat. Da muss man erst mal hinkommen. Wie ist es möglich, einigermaßen sauber mit 1,71 auf 100 Kilo zu kommen? Oder wird man dann eher einfach zu fett? Ja, kommt auf die Genetik drauf an. 1,71 ist nicht sehr groß. Da 100 Kilo zu haben, das ist schon ein Wort. Ja, ich denke halt, Muskel aufbauen lässt sich halt schlecht, wenn man immer super in Form ist. Dafür muss man einfach im Kalorienüberschuss sein. Und dadurch baut man zwangsmäßig auch ein bisschen Fett auf. Gar keine Frage. Alles ist Sache der Genetik. Man kann aus dem Rennpferd kein Ackergaul machen und aus dem Ackergaul kein Rennpferd. Und wenn du halt von der Genetik her ein Ackergaul bist, dann würde es dir auch nicht schwer fallen, auf die 100 Kilo zu kommen. Wie gestellst du deine Ernährung vor und nach dem Training in der Diät? In der Diät ist es so, dass ich vor dem Training relativ lange vorher nichts gegessen habe. Ich finde das immer relativ gut, wenn ich mit einigermaßen leeren Marken trainiere. Und dann nach dem Training dafür eine große Mahlzeit zu mir nehme. Ich esse dann immer vor dem Training ein paar Nüsse, um so ein bisschen Energie bereitzustellen. Zu meiner Frage, was hältst du davon, dass man hart trainiert und unsauber ist? Denkst du, dass man hier ebenso gut Erfolge erzielen kann? Wenn man den unsauberen Stil lebt, sollte das Training dann angepasst werden? Also unsauber ist immer ein dehnbarer Begriff. Man muss halt schon schauen, dass man die Sachen, die einem muskulär voranbringen, sprich Proteine und gute Kohlenhydraten nach dem Training oder relativ schnelle Kohlenhydraten nach dem Training und sowas, dass man das zu sich nimmt. Man sollte auch nicht zu viel unsaubere Kalorien zu sich nehmen, wie zu viel schlechte Fette und sowas. Aber ich denke, das ist auch alles eine Sache der Genetik. Ich kenne Bodybuilder, die achten kaum auf die Ernährung oder kenne vielleicht jeder Leute, die einfach wahnsinnig gut aussehen, kaum trainieren, kaum auf die Ernährung achten, aber trotzdem einen super Körper haben. Die kommen ja auch voran. Und dann gibt es welche, die machen halt ganz diszipliert alles richtig und korrekt und sehen trotzdem nicht so richtig super aus. Das ist einfach dann die Genetik, die man hat. Da muss man einfach schauen, wo will ich hin, was will ich erreichen. Und wenn jemand gut werden will, dann muss er auch gut arbeiten. So ist es einfach, so ist es in jeder Seite im Leben. Wenn man gut werden will, muss man gute Arbeit abliefern. Und man kann nicht nur die Hälfte gut machen, also das Training gut machen. Und ich finde es auch immer schade, ich sage mir ja selber immer, wenn ich ins Training, auch mit dem Alkohol oder so, ich gehe ins Training sechsmal die Woche, ich trainiere so hart. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Dann wäre ich ja doof, wenn ich mich so hart quäle und dann den anderen Part, der ebenso wichtig ist, dann schludern würde und somit mein Training wieder runterstufen würde. Dann hätte ich ja auch quasi, ja, wir das Training irgendwo sparen können. Also ich finde das immer schade, wenn man nur eine Seite sehr, sehr hart macht, die andere Seite schludert und dadurch nur die Hälfte erreicht. Also wenn ihr hart trainiert, dann reißt euch zusammen und esst zumindestens zu 80% gut, sodass ihr auch gute Erziele erfolgt. Oh, jetzt eine lange Frage. Jetzt, wo du wieder auf die Bühne willst, wie genau wird sich dein Training verändern hinsichtlich Volumenintensität oder ändert sich für dich jetzt gar nichts? Hast du einen Ansprechpartner, mit dem du dich absprichst hinsichtlich Training, Ernährung, Schwachstellen, Posing, Kür etc. oder machst du alles Eigenregie? Was waren deine größten Erkenntnisse über deinen Körper erfahren hast in deinen letzten Wettkampfvorbereitungen? Also was für dich sehr gut funktioniert und was vielleicht für dich nicht funktioniert. Egal, wobei, gibt es etwas, was du nie machen würdest, was du einmal in der Vergangenheit getan hast im Zuge einer Vorbereitung? Ja, also ich bin so ein Wassersack. Ich bin immer relativ schnell voll Wasser gezogen nach dem Wettkampf und wenn da der nächste Wettkampf folgt, dann habe ich eigentlich viel damit zu tun, das Wasser wieder aus dem Körper rauszubekommen. Sprich, wenn ich mich einfach zu voll esse. Deswegen bin ich so einer, der nach dem Wettkampf schon relativ clean weiter isst, der nicht so einen riesen McDonalds-Besuch macht oder so einen riesen Cheat oder sowas. Also ich versuche da schon möglichst sauber weiter zu essen, um einfach nicht so einen riesen Wasser-Rebound zu bekommen. Ich bin da sehr empfindlich für. Ich muss auch viel auf die Kohlenhydrate aufpassen. Es gibt welche, die essen tagelang keine Kohlenhydrate, sehen danach richtig scheiße aus, richtig flach. Und mir kannst du die Kohlenhydrate eine Woche wegnehmen und ich bin immer noch relativ voll. Das ist einfach meine Genetik. Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte auch ein paar mehr Kohlenhydrate essen in der Diät, weil ich schon mit den Kohlenhydraten sehr tief gehe. Also ich gehe auch jenseits von 100 Gramm Kohlenhydraten ganz zum Schluss. Wobei andere eine ganze Diät machen mit 250 Gramm Kohlenhydraten oder so. Also da bin ich anders veranlagt einfach. Das würde ich, ja, da weiß ich, wie ich ticke. Meine Vorbereitungen mache ich weitestgehend selber, also meine Diät und mein Training. Ich habe natürlich glücklicherweise viele Freunde, die ich mich verlassen kann und die mir da immer weiterhelfen und Rat und Rat zur Seite stehen. Zum Beispiel Matthias Botthof, was so ein Mentor von mir ist, der mich da ein Stück weit vorbereitet. Er guckt nach meiner Form, sagt, ja, hier, da und da, versuch mal ein bisschen mehr Gas zu geben im Rückenbereich. Und, ja, bist noch zu fett eigentlich, musst schon Gas geben, mach mal die Kalorien noch ein bisschen tiefer oder sowas. Da habe ich auch meinen alten Mentor, der mich quasi von klein auf schon erzogen hat in der Bodybuilding-Richtung, von dem ich auch vieles wertvolles Wissen gelernt habe. Ich glaube, dass der Detlef hergeht. Ein sehr guter Freund mittlerweile, der mir halt auch einfach, ja, mit Rat und Tat zur Seite steht, der mir hilft, den ich jederzeit fragen kann. Und somit würde ich jetzt sagen, habe ich nicht nur einen, wo ich hingehe, der mich jetzt komplett vorbereitet. Natürlich, viele Köche verderben den Brei, soll man eigentlich nicht machen, dass man zu mehreren geht und so weiter und so fort. Aber wir haben das Glück, dass der Matthias, der Detlef und ich, dass wir sehr, sehr gut befreundet sind und uns da gut absprechen und ich auch jeden fragen kann, ohne dass da ein anderer irgendwie sich benachteiligt fühlt. Das ist mein großes Glück. Von daher würde ich sagen, meine Vorbereiter sind Detlef und Matze. Und so meine Diät und so, das mache ich selber, weil eine Diät zu machen, um erst mal fettfrei zu werden, das ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Die größte Herausforderung ist, ob man dann auch wirklich auf dem Punkt gut ist, weil man sich dann vielleicht schon besser sieht, als man ist oder so, dass man dann nochmal kritisch eingeschätzt wird oder dass man auch mal einen Arschtritt kriegt. Hier, pass mal auf, du musst jetzt mal Gas geben, du bist noch zu fett. Das ist wichtig eben. Wie siehst du zu Süßstoffen in der Diät? Also ich versuche, meine Süßstoffe ein bisschen einzudämmen, weil ich eine Zeit lang auch zu viel Süßstoff zu mir genommen habe, habe ich dann einfach gedacht, das kann doch nicht gut sein. Ich kaufe mir auch öfters mal natural Whey-Protein und mische das dann mit Geschmacksprotein, um einfach weniger Süßstoffe zu bekommen. Auch in meine Haareflocken mache ich weniger Süßstoffe rein. Mittlerweile habe ich mich da auch so dran gewöhnt, viele Sachen naturell zu essen. Hallo Tim, meine Frage wäre folgendes. Ich trainiere jetzt mit drei verschiedenen Ganzkörperplänen, aus dem Grund, dass ich gerne Split-Training machen würde, aber ich durch die Arbeit nicht immer alle zwei Tage trainieren kann. Ich möchte gerne wissen, wenn ich in meinen drei Grundplänen verschiedene Übungen anwende, damit ich die verschiedenen Muskelgruppen trainiere, meistens trainiere ich in Supersätzen mit Grundübungen, Isolationsübungen, habe ich dann im Prinzip den gleichen Effekt wie mein Split-Training. Ich hoffe, du verstehst meine Frage. Ich verstehe deine Frage, allerdings bin ich der Meinung, dass man bei Ganzkörpertraining die einzelnen Muskelgruppen nicht ganz so intensiv trainieren kann. Und es gibt ja immer, man weiß ja, die Muskulatur wächst nicht im Training, sondern die wächst in der Regeneration und im Schlaf. Und wenn ich jetzt viele Muskeln in einem Training, viele Muskeln quasi beansprucht habe, dann muss auch viel regeneriert werden. Also alles in allem denke ich schon, dass man mit Ganzkörpertraining bis zu einem gewissen Punkt kommen kann. Bis zu einem gewissen Punkt ist jede Art des Trainings gut, aber es ist immer eine Frage, wo man hin möchte. Wenn man halt maximalen Muskel aufbauen möchte, dann muss man den Muskel maximal trainieren. Und ich glaube nicht, dass ich aus Spaß zwei Stunden lang Rücken trainiere oder anderthalb Stunden lang Rücken trainiere. Das mache ich nicht, weil ich so lange plaudere und bubble nebenbei, sondern einfach, weil mein Rückentraining so viel Zeit beansprucht. Und wenn ich das jetzt als Ganzkörpertraining machen würde, könnte ich nicht alles so intensiv trainieren und die eine oder andere Muskelgruppe würde eventuell zu kurz kommen. Von daher empfehle ich, Muskelgruppensplit zu machen. Und man kann durchaus mehrere Muskelgruppen zusammenfügen, wo es Sinn macht, wo man vielleicht dann mit Vorbelastung trainiert, zum Beispiel Rücken, Bizeps, Bizeps dann vorbelastet, dann kann man den Bauch noch dazu trainieren, Schultern, Trizeps, da ist der Trizeps vorbelastet, da kann man auch Waden dazu trainieren, weil man einfach dann eben die Waden ausgeruht hat und kann die sehr, sehr intensiv trainieren. Brust, Bauch und von mir aus Bein, Bizeps oder sowas nochmal oder irgendwie ein zweites Mal Bizeps. Müde. Was heißt genau eine Kohlenhydrate, wirklich 0 Gramm? Wenn ja, wie bekommt man das hin? Also, wenn ich immer meinen Athleten sage, keine Kohlenhydrate mehr, dann rede ich immer davon, keine konzentrierten Kohlenhydrate mehr, was nicht heißen soll, dass man kein Gemüse mehr essen darf. Man muss halt sein Essen tracken und man soll jetzt nicht 1,5 Kilo Gemüse essen, aber meistens, wenn ich sage, keine Kohlenhydrate mehr oder wenn ich den Athleten sage, Entlade-Training, dann sollen die halt eben keine konzentrierten mehr essen wie Kartoffeln, Reis etc., Nudeln. Das sollen sie weglassen und sollen dafür lieber Fleisch, Gemüse essen und dann eben schon das Gemüse auch abwiegen, dass man dann nicht mehr wie 60 Gramm Kohlenhydrate zu sich nimmt oder 50, aber da muss man schon einiges an Gemüse essen, bis man soweit ist. Wie gehst du mit Alkohol um und trinkst du überhaupt welchen? Ja, ich trinke ab und zu mal Alkohol, aber ganz, ganz selten. Ja, wie ich einfach sage, Freunde, Familie ist das Wichtigste und es ist einfach so, was gesellschaftlich ist. Und wenn wir dann mit Freunden mal grillen oder wenn ich auf dem Junggesellabschied bin, trinke ich auch mal ein Bier oder zwei Bier mit. Aber mir schmeckt es nicht sonderlich und das war es dann auch schon. Weil ich dann auch wieder denke, ich habe die ganze Woche hart trainiert, wenn ich mir jetzt richtig einen in den Schlappen haue, dann ist doch das Training ja nichtens oder kontraproduktiv und von daher trinke ich nicht so viel, weil es mir einfach auch nicht so gut schmeckt. Ich kann mich an der Stelle mit meinen Freunden bedanken, ich hatte es neulich schon mal gepostet, die haben halt sehr großes Verständnis dafür und das finde ich halt schon mal super. Keiner nervt mich, keiner sagt, Budeheim trinkt eh nichts, den nehmen wir nicht mit. Von daher finde ich das gut, aber die wissen auch ganz genau, wenn es nicht darauf ankommt und wir wollen eben mal ein Bierchen trinken, dann trinke ich auch mal eins mit. Sagen sie mir hin und wieder mal out, ach hier, das finde ich ja cool, dass du mal ein Bierchen mit trinkst. Ich denke, das muss sein, aber das ist bei mir nicht so die Regel. Hey Tim, welche Supplemente kannst du Anfängern empfehlen? Ab wann sollte man welche nehmen? Kann ich demnächst nochmal ein Video zu machen, rein zu Supplementen. Also ich kann empfehlen die EAAs. EAAs sind acht essentielle Aminosäuren, die man für den Muskelaufbau braucht, die der Körper nicht produzieren kann. Ein gutes Whey-Protein ist wichtig, dass man eben sagt, hier das Whey-Fusion zum Beispiel, von Peak, dass man eben sagt, hier man ist unterwegs, man hat wenig Zeit oder morgens, man ist immer auf dem Sprung, dann macht man halt ein Whey-Protein, macht ein paar Instant-Flocken rein und zack, hast du eine Mahlzeit, fertig. Das ist ziemlich gut. Kreatin ist gut. Das hilft der Regeneration und auch dem Training, dass man einfach praller ist im Training, mehr Pump hat im Training. Ernährung an der Arbeit sollte genauso aussehen wie Ernährung zu Hause. Ich esse an der Arbeit auch mein Tartar mit Nudeln oder Reis oder so. So sollte man das machen. Ein guter Tipp ist vielleicht, wenn man mal knapp dran ist und man hat kein Essen vorgekocht, was man mit an die Arbeit nehmen kann, zum einen gibt es diese Fit-Taste-Gerichte, hier unten ist ein Link drin, da könnt ihr mal reinschauen, könnt ihr euch mal so ein paar Packungen in Fit-Taste bestellen, zu Hause in die Tiefkühltruhe legen. Ist natürlich nicht ganz so günstig, das weiß ich auch, aber halt mega, mega praktisch. Und wenn du sowas mal in der Truhe hast, dann kannst du eben morgens vor der Arbeit mal schnell reingreifen und hast eine vollwertige Mahlzeit dabei und soll ja nur aus der Not heraus helfen. Man muss mal überlegen, du hast dann ein Menü, was wirklich gut schmeckt und auch sehr gesund ist. Und wenn ich jetzt zu Burger King gehe oder zu McDonalds und möchte satt werden und hole mir zwei Burger und eine Cola, dann habe ich schon genauso viel ausgegeben wie für das Fit-Taste-Gericht. Also da muss man wirklich mal schauen. Es ist immer alles eine Sache der Wertschätzung. Auch ich würde in einem Studio, wo ich mich wohlfühle, immer mehr Geld zahlen wie in einem Studio, wo ich einfach sage, ach, fühle ich mich nicht ganz so wohl. Achso, und mein brennender Tipp, was noch gut ist, einfach sich Thunfisch an die Arbeit zu legen mit Reiswaffeln. Das hält sich ewig und man kann immer darauf zurückgreifen. Supplements, auch in trainingsfreien Tagen, wenn ja, wie viel. Kommt auch auf den Tagesplan drauf an. Also ich trinke zum Beispiel meinen Wave Fusion mit meinen Instant-Flocken, trinke ich jeden Morgen. Dann manchmal mache ich mir im Sommer mittendrin, während der Arbeit, mache ich mir mal ein Glas voll EAAs und trinke das. Ja, meine Magnesium-Zink, das nehme ich sowieso immer, Omega-3, also meine Fischölkapseln. Ab wann gehst du deine Wettkampf-Diät und wie hart ist die am Ende für dich bezüglich deines Gemütszustands? Bist du dann sehr reizbar oder hält es sich noch in Grenzen? Bei mir ist es so, ich werde dann einfach eher ruhig, ich rede nicht gern so viel, aber ich werde da jetzt nicht aggressiv oder sowas. Ohne Diät fällt mir auch nicht ganz, was heißt, fällt mir schon am Anfang leicht, aber am Ende geht es mir natürlich auch an die Substanz. Da habe ich auch ganz schön Hunger und Knast. Es gibt ja welche, denen fällt das leicht, die können das ganze Jahr machen. Mir fällt es jetzt nicht schwer, dass ich es jetzt sage, es ist mir übermäßig schwer, aber die letzten Wochen vor dem Wettkampf muss man natürlich schon mal beißen. Man kriegt nichts geschenkt. Ich bin zurzeit 16 Jahre alt und will auf die Bühne, Bandsphysik-Klasse. Dafür brauche ich aber ein IFBB, da ich das nicht habe und mein Fitnessstudio auch nicht. Was könntest du mir da empfehlen? Ich komme aus NRW. Aus NRW kann man sich am besten mal in Hagen in dem Vitalis Fitnessstudio Vitalis mal melden. Da gibt es einige Vorbereiter, die da Athleten vorbereiten und über das Vitalis kann man dann auch starten, wenn man aus NRW kommt, auf der Nordrhein-Westfalen-Meisterschaft. Also am besten einfach mal nach Hagen fahren in das Vitalis und da mal nachfragen nach einer Wettkampfdiät oder mal anrufen dort. Da kriegt man auf jeden Fall geholfen und das ist auch ein super Team. Team Vitalis Hagen. Da trainiere ich ja öfters mal im Vitalis. Habt ihr ja wahrscheinlich schon mal gesehen. Was hältst du als Hobbylandwirt von der ganzen Milchdiskussion? Zu billig, zu viel? Mal ein bisschen off-topic. Ja, also Milchdiskussion, ich finde es schade. Das ist aber wie überall, wie in jedem Sektor, dass große Unternehmen, ja, kleine Unternehmen kaputt machen beziehungsweise, es liegt ja so ein bisschen an der Wirtschaftslage, dass man gezwungen ist, immer größer zu werden, um wirtschaftlich zu bleiben, um wirtschaftlich gut zu bleiben und dadurch einfach kleinere Betriebe auf der Strecke bleiben. Es ist im Fitnessstudio-Bereich so, es gibt die großen Discounter, die drücken den Preis nach unten, 20 Euro pro Monat, was ein Familienunternehmen kaum mitziehen kann, also kaum stemmen kann, wenn die nur ein Studio haben, weil natürlich eine ganz andere wirtschaftliche Berechnung da ist, wenn man nur ein Studio hat oder nur 500 Mitglieder hat, wie wenn man 3000 Mitglieder hat. Und so ist es in der Landwirtschaft genauso. Leider ist es so, dass immer mehr kleine Landwirte aufhören, weil große Landwirte eine ganz andere wirtschaftliche Rechnung haben und dann eben die kleinen diesen Wirtschaftszwang gar nicht mehr mitmachen können. Das finde ich schade, dass auch die Milchpreise sind sehr, sehr niedrig. Ich finde es sehr, sehr schade, dass in Supermärkten wird die Milch erhöht. Die Leute sagen, warum haben denn die Milchbauern so viele Probleme? So teuer ist doch die Milch gar nicht. Wo aber das Problem ist, ist, wenn die Milch im Supermarkt erhöht wird, muss das lang noch nicht heißen, dass auch der Milchpreis der Bauern steigt, weil da ja einige Zwischenhändler sind. Und das finde ich eben schade, dass das so ist. Also Antwort, Milch zu billig, Milch müsste teurer sein. Ist ein ganz wertvolles Produkt und steckt viel Arbeit dahinter. Die läuft nicht einfach so aus dem Euter raus. Und natürlich auch zu viele Großbetriebe. Daher sollten Kleinbetriebe auch mehr geschätzt werden. Einfach durch den Preis. Aber das ist einfach ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Moin Tim, wenn man zum Beispiel die Kohlenhydrate runterschraubt beziehungsweise Low Carb fährt, heißt es, kann man dann selbst Gemüse und Obst nicht mehr essen und muss man selbst aufpassen und tracken. Also Gemüse und Obst muss man durchaus auch mit tracken, wenn man eine Diät macht. Vor allem Obst. Das darf man nicht unterschätzen, wie viel Kohlenhydrate Obst hat. Und von daher würde ich sagen, ja, alles tracken und es kommt auf die Gesamtkalorien oder auf die Gesamtkohlenhydrate drauf an. Also wenn dein Vorbereiter, wenn man dir sagt, hier, pass mal auf, ess jetzt 200 Gramm Kohlenhydrate, dann heißt es nicht, 200 Gramm Kohlenhydrate in Form von Reis und Gemüse und Obst kannst du essen, sondern gesamt 200 Gramm Kohlenhydrate. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man selbst mit Gemüse und Obst, wenn man das ausgiebig isst, ruckzuck über seinen Tageslimit über hinaus kommen kann. Übrigens in der Diät, wenn man nicht mehr von den Kalorien nicht mehr so viel Obst essen kann oder wenn man einfach ein Obstmuffel isst oder Gemüsemuffel isst, gibt es da wieder auch sehr wertvolle Supplemente. Red Fruits zum Beispiel von Peak, was man zu sich nehmen kann, um einfach seine Mikronährstoffe, die in dem Gemüse jetzt drin wären, abzudecken. Wer jetzt zum Beispiel Äpfel isst, um so auf seinen Vitaminhaushalt zu kommen oder so, da muss man aufpassen, da sind viele Druckschlüsse, weil heutzutage einige Äpfel mittlerweile auch so gezüchtet sind, auf Wachstum gemacht sind, dass da so viele Vitamine, wie man denkt, gar nicht mehr drin sind. Wie ist dir genommen, so einen breiten Nacken zu bekommen und hat dich mal jemand versucht, am Hals zu packen? Ne, hat niemand versucht. Vollzeitjob, Familienfahrter, Seminare, Messen, Videos drehen und auch sonst ständig unterwegs Holzhacken und Hobbyland wird. Lasse ich mal außen vor. Wie kommst du mit 24 Stunden aus? Wie teilst du es auf? Wie schläfst du? Und wie viel Zeit verbringst du im Studio? Im Studio verbringe ich meistens so circa drei Stunden. Natürlich ist das alles eine zeitliche Herausforderung, mein Tagesablauf. Es wäre schöner, wenn der Tag ein bisschen länger wäre. Von daher kann ich auch nur sagen, meine Variable ist meistens der Schlaf. Ich habe meistens zu wenig Schlaf, was natürlich auch nicht gut ist. Jetzt in der Vorbereitung muss ich da meine Prioritäten etwas verschieben, damit ich einfach etwas mehr schlafe. Es wird dann wahrscheinlich so sein, dass dann einfach bis zum Wettkampf hin meine Familie etwas, ja, nicht zu kurz kommt, aber etwas runterschrauben muss, die Zeit mit der Familie, um einfach auf dem Wettkampf gut abliefern zu können. Mein Tagesablauf hat demnach um die 19 Stunden, also ich habe um die fünf Stunden Schlaf. und da muss ich mit auskommen, wie jeder andere auch. Thomas Scheu hat in seinem letzten Video-Post gesagt, dass eine gute Diät auch ohne Cardio ablaufen kann. Dem stimme ich auch vollkommen zu. Kannst du dir noch deine Meinung dazu geben und kurz darauf eingehen, wie du so deine Art Diät angehen würdest? Ich finde den Ansatz doch sehr interessant. Also über meine Diät und über meine Wettkampfvorbereitung werde ich noch ein ausgiebiges Video machen. Ich mache Cardio in der Diät, weil ich ein Fan davon bin, einfach etwas mehr zu essen, aber dafür etwas mehr Training zu machen. Und ich bin auch der Meinung, dass durch das Cardio etwas mehr Details in Beinbeugern, Gluteus kommen. Kann natürlich auch einfach meine persönliche Meinung sein. Jeder muss seine persönliche Meinung haben. Und wenn der Thomas damit überfährt, natürlich kann er weitermachen. Ich fahre damit ganz gut, ein bisschen Cardio zu machen, was aber auch nicht heißen soll, dass ich jeden Tag eine Stunde mache, ich halte das auch relativ moderat. So trackst du deine Kalorien im Aufbau und in der Diät. Im Aufbau track ich sie, sagen wir mal, zu 70, 80 Prozent. Ich habe das da schon ganz gut im Gefühl, wie viele Haferflocken ich esse. Irgendwann ist das ja, ich esse ja immer dasselbe, also immer das Gleiche. Irgendwann ist das wie Laufen. Man denkt mal ja drüber nach, man läuft einfach. So ist es bei der Ernährung auch. Irgendwann hat man das einfach im Gefühl und macht das einfach. Und wenn mal was dazu kommt, dann trage ich das, dann rechne ich das ein. Wie trainiere ich effektiv meine Waden? Also Waden mit einem hohen Volumen, mindestens zweimal pro Woche, auch mit schwerem Gewicht, aber auch mit sehr, sehr viel Wiederholung. Trends wie zum Beispiel Intermittent Fasting 2.0 oder ketogene Ernährung, eher fragwürdig, Fragezeichen. Ketogene Ernährung ist nicht so mein Fall, also ich bin lieber der Metabole-Diät. Intermittent Fasting ist auch einfach nur ein Werkzeug, was man nutzen kann. ist nicht schlecht. Dadurch kann man einfach mehr Kalorien, oder mehr Kalorien nicht, man kann einfach größere Mahlzeiten essen, weil man einfach in einer längeren Phase nichts isst. Dadurch, dass man da nichts isst, hat man auch keine Insulinausschüttungen, sprich keine Hungerattacken. Und kann dann eben, man muss, am Anfang ist es sehr gewöhnungsbedürftig, und man kann dann eben seine Mahlzeiten, seine, weiß ich, 2000 Kalorien, in einem kleineren Zeitfenster essen, und dadurch sein Gewissen auch besser befriedigen. Wie gesagt, ist nur ein Werkzeug, was man nutzen kann, und für Frauen, weil Frauen ja im Allgemeinen weniger Menge essen können, durchaus eine gute Sache. Die müssen zwar länger dann eisern bleiben, aber können dann einfach, ja, größere Portionen essen, wie immer nur so kleine, winzige Portionchen. Gibt es eine Formel, die bei jedem klappen sollte, in puncto Ernährung, z.B. 500 Gramm Huhn, 200 Gramm Reis, 100 Gramm Gemüse usw. Die meisten Leute, die Aussagen treffen, sind leider nicht so mehr als ganz leicht. Doch damit können die am wenigsten was anfangen. Ja, das stimmt. Man kann nie sagen, wie viel jemand braucht. Man muss da immer so ein bisschen ausprobieren, was jetzt wie der einzelne Körper reagiert. Ich würde da auch immer von Kalorien anfangen, so bei, also als Mann jetzt bei 3.500 Kalorien, aufgeteilt in 40, 40, 20. Und danach kann man eben schauen, wenn man dann eben zunimmt, dann muss man eben die Kalorien etwas reduzieren. Und wenn man dabei zu viel abnimmt, kann man die Kalorien etwas erhöhen. Aber das sollte so ein Mittelmaß sein. Hi Tim, ich würde mal interessieren, ob auch Profis ab und an mit Verletzungen, wie z.B. Entzünden sehen, Gelenke und so weiter, Bizepssehne entzündet und was dagegen unternimmt. Also ob wir auch Verletzungen haben als Profi. Natürlich, wir sind auch nur Menschen, wir können uns auch verletzen. Ich habe das Glück, toi, 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 ich klopfe mal auf Holz. Ich habe mich noch nicht so stark verletzt. Ist einfach auch eine Genetik-Sache und natürlich auch eine Gewissenssache. Wie gewissenhaft gehe ich mit meinem Körper um? Wie gewissenhaft trainiere ich? Wie hältst du es mit dem Dehnen? Was redest du vor dem Training, nach dem Training? Also Dehnen mache ich fast immer vor dem Training, dehne ich mich durch. Auch direkt an Übungen, die ich einfach dann wirklich weit in den negativen Bereich gehen lasse, wie z.B. bei Brust, dann Butterfly. Da dehne ich mich beim Beintraining, dehne ich mich vorher mit typischen Dehnübungen und nach dem Training dehne ich mich auch nochmal grob durch. Aber Mobility soll man nicht vernachlässigen. Es sind Carbs wegzulassen, wenn man sehr spät abends trainiert, wie viele sagen, dass man mindestens 50 Gramm Carbs nach dem Training essen sollte. Also wie schon erwähnt, nach dem Training und vor dem Training sind die Kohlenhydrate am wichtigsten, einfach weil Insulin das anabolste Hormon ist, was der Körper besitzt. Das Eiweiß, die Proteine auch dahin kommen müssen, wo sie hin sollen, wo man sagen kann, dass Insulin für zuständig ist. Und von daher würde ich sagen, auf jeden Fall, auch wenn man abends um 8 Uhr trainiert, danach noch Kohlenhydrate essen, auch als Frau. Es kommt immer darauf an, wie viel Kohlenhydrate esse ich gesamt am Tag. Und das muss man im Augenschein behalten, wie viel gesamt Kohlenhydrate esse ich pro Tag. Und auf jeden Fall noch so viel übrig lassen, dass ich nach dem Training nochmal eine Kohlenhydrat-Mahlzeit essen kann. Hast du vor, mal in Pfalz einen Vortrag zu halten, das ist die letzte Frage, die ich beantworten werde. Also es ist immer so, Seminare und Vorträge halte ich immer da, wo ich eingeladen werde. Also wenn ihr irgendwo ein Studio habt oder einen Bodyshop, dann schreibt mich an oder die Firma Peak an. Wenn die Peak-Produkte verkaufen, könnt ihr auch die Firma Peak machen. Und die laden mich dann ein, dann komme ich dorthin und halte da ein Seminar oder einen Vortrag oder ich, wie auch immer, was gewünscht ist oder ich komme zu einer Sommerfeier. Das ist alles möglich. Ja, je nachdem, wie es und wo es gewünscht ist. Und natürlich, wie mein Terminkanender aussieht, wie ich Zeit habe. Aber ich gebe mir da immer große Mühe, da die meisten Termine irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ja, jetzt haben wir doch wieder viel geredet, aber ich denke, einige Fragen eventuell beantwortet. Ich hoffe, ich war soweit zufriedenstellend. Am besten ist es immer, wenn man die eine oder andere Frage, wenn man mich persönlich sieht und man spricht mich da nochmal drauf an, dass ich die nochmal genau erläutern kann. Immer schwierig, so viele Fragen am Stück jetzt haarklein bis ins Detail abzuarbeiten. Deswegen bin ich auch auf manche Fragen nur so oberflächlich eingegangen. Nicht, dass wieder manche sagen, hey, der macht hier Pro-Science. Nee, ich habe einfach nur versucht, da jedem gerecht zu werden und einige Fragen zu beantworten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.